Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League Sideswipe. Vor wenigen Minuten ist die zweite Season zu Rocket League Sideswipe gestartet. Darauf haben wir ja alle gewartet. Es gibt jetzt nämlich einen neuen Rocket Pass. Im Shop gibt es neue Gegenstände. Es gibt neue Herausforderungen. Und viel, viel wichtiger, es gibt einen neuen Spielmodus und zwar einen Volleyballmodus. Das ist etwas, was wir uns jetzt schon seit Ewigkeiten fürs richtige Rocket League wünschen. Was aber, zumindest laut Entwicklern, niemals reinkommt, weil das fürs echte Rocket League zu schwer wäre und man da Casual-Spieler mit ausgrenzen würde. Finde ich ein bisschen schade. Aber umso besser, dass es hier im Spiel drin ist. Den gucken wir uns gleich auch mal an. Aus Zeitgründen wird das Video jetzt nicht allzu viele Partien haben. Im Shop können wir uns Supernova kaufen. Können wir uns mal. So, verwenden. Was gibt es hier noch cooles? Geheimer Gegenstand. Sind dieselben? Da hat sich nichts getan. Ah, das ist peinlich. Ich wollte es nicht so etwas sagen, aber das ist peinlich. Das ist dasselbe. Das ist lame. Okay, da haben wir noch einen Aftershock. Da ein bisschen was. Okay, fein. Im Rocket Pass. Ich habe mir einen Aftershock frei. Was gibt es denn auf Level 30? Einen Breakout gibt es auch. Heli- Moment. Helikopter? Helikoprion. Helikopter, Helikopter. Breakout S. Ein Schwarzmarkt-Auto. Okay. Schockwelle. Kana. Wo kommt der geile Shit? Nee. Wann kommt der geile Shit? Supernova. Habe ich mir doch schon gekauft? Ach. Spiel. Drachenduell. Drach- Uh. Im Trailer gab es auch Drachenduells zu sehen. In Golden. Das sah sehr heftig aus. Hier Drachenduell. Das ist krass. Das ist was, wo ich sage, ey. Der hält sich Bock drauf. Es gibt auch noch keine Herausforderung, die für Sideswipe ist, plus das richtige Rocket League. Okay. Dann springen wir mal in den Volleyball-Modus. Aber finde ich gut, dass es Neues gibt. Ach, es gibt auch eine Casual-Playlist. Wenn man mal ein bisschen entspannter spielen will, kann man jetzt auch Casual spielen. Bin gespannt auf den Volleyball-Modus. Von der Theorie müsste der ja saugeil sein. Oder? Na gut. Falls ihr neu seid, könnt ihr auch mal sehr gerne ein Abo lassen. Oder mein Credit-Code, Bader, Y und T, antragen. Wenn ihr euch was... Oh. Das ist unsichtbare Wand. Doch nicht. Zack. Aber ist das nicht einfach... Ist das nicht so gesehen der Basketball-Modus, nur dass das ganze Feld jetzt der Basketball ist? Na gut. Plus Rampe. Plus Rampe. Ja, ich finde es gut, wenn man nicht auf die andere Seite gehen könnte, ehrlich gesagt. Ups, sorry. Wer auf die andere Seite gehen kann, dann ist es ja nicht Volleyball. Das ist ja irgendwas ganz anderes. Ich lasse mal den Boden berühren. Äh. Aber dieses Bounce-Feld ist... Ist nicht schlecht. Okay. Ah, nee, ist noch nicht verloren. Ist noch nicht verloren. Bei Gegner landet es immer auf dem Bounce-Feld. Bei uns nie. Nee. Ich würde sagen, ist nicht so geil, wie es sein könnte, der Volleyball-Modus. Aber ist natürlich auch schwer, dann eine wirklich qualitative Aussage zu tätigen, nach gerade mal eingemotiven Spielzeit. Lass es doch... Lass es doch... Lass es doch bouncen. Lass es doch bouncen. Ja, bis jetzt... Ja, okay, jetzt will er aufgeben. Genau. Du kannst Bronze als Quick-Chat nehmen. Ich mach's mal als gerade rein. Das heißt, du kannst einfach im Chat sagen, Bronze, 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 Bronze. Okay, Spiel Nummer 2. Im Spiel eben haben wir gerade so ein bisschen gelernt, wie das geht. Das heißt, wenn der Ball in Richtung Bounce-Feld kommt, sollst einfach da drauf springen. Das soll man da nicht deffen. Und es ist echt bezeichnend, wie oft ich das Bounce-Feld treffe. Gut, der geht jetzt rein. Aber irgendwie lande ich immer da. Muss wahrscheinlich so ein bisschen drin sein, vom Basketball-Modus, weil da war ja genau das Tor im Basketball-Modus. Vielleicht ist es deswegen so leicht abgespeichert im Kopf. Aber auch hier auf niedrigem Niveau... Glaube ich eher anstrengt, der Modus. Einmal hoch. Tor. Beachvolleyball ist ein sehr beliebter Sport. YouTube-Videos von Beachvolleyball haben Millionen von Aufrufen auf YouTube. Also scheint wohl sehr beliebt zu sein. Gerade wenn die Frauen das spielen. Ist sexistische Scheiße. Will ich mal kurz reinwerfen. Habt ihr bestimmt auch vom Algorithmus manchmal, dass ihr irgendwie seht, äh... Top-Gynastik-Momente. 2021 fand ich, äh... Gymnastik? Ich hab nie irgendwas zu Gymnastik geguckt und interessier mich dafür. Und dann siehst du aber halt im Vorschau-Bild leicht begleitete Frauen. Guckst in die Kommentare und dann weißt du, ah, okay. Hier geht's den Leuten nicht um Sport. Muss ich sagen, das ist weird. Ich hoffe, euch wurde auch schon mal sowas vorgeschlagen. Ansonsten bin ich weird. Aber das passiert, glaube ich. Ich find's weird. Ich find's richtig weird, dass das existiert. Bronze 1 sind wir. Du kannst nicht viel niedriger sein. Oh, aber im Rocket Pass? Hab den Aftershock freigespielt. Verwenden. Und ne Brille. Verwenden. Wie ist denn eure Meinung zum Volleyball-Modus? Ist das ein Modus, wo ihr sagt, geil, der will ich richtig reinsuchten? Oder seid ihr da so ein bisschen so wie ich und sagt, der wird komisch? Weil es wirkt komisch. Ich find's viel cooler, wenn man nur auf der eigenen Hälfte bleiben dürfte. Weil im Volleyball rennst du doch auch nicht auf die andere Seite. Warum ist hier keine unsichtbare Wand? Das geht. Man kann unsichtbare Wände machen. Weil jetzt gerade ist es halt nicht Volleyball, sondern wie gesagt, es ist der Basketball-Modus mit einem sehr großen Tor. Und einem Sprungfeld. Hättet ihr nicht berührt, wäre es aufs Sprungfeld gelandet und es wäre gebounced. Ja, also die Mechanics, die ihr euch beigebracht habt für den Basketball-Modus, die funktionieren hier genauso. Ne, lass ihn doch bouncen, lass ihn doch bouncen. Lass ihn doch bouncen. Ach doch, guck mal hier. Zack. Das bouncet doch. Das bouncet doch. Gut. Oh, da hab ich ein bisschen doof geblockt. Aber wer kennt's ja. Wer kennt's ja. Da rede ich jetzt ja schon seit Monaten drüber. Auch wenn Dinge richtig gemacht werden, bei Rocket League wird immer Potenzial weggeworfen, meiner Meinung nach. Das ist gut, dass du nur ganz wenig Erfahrung brauchst für die Level. Weil zum Ende brauchst du ja bestimmt auch wieder 4000 irgendwas Erfahrung, ne? Ja, okay. Hier ist was anderes drin. Mit dem Goldgeschenk kann auch ein Breakout S drin sein. Und so ein bisschen extra Stuff. Okay. Und dieses Bouncefeld müsst ihr wegmachen. Wobei, das ist ganz lustig. Ne, lass das mal, lass das mal. Aber es hat ja nichts mit Volleyball zu tun. Aber das Bouncefeld ist ganz lustig. Guter Schuss. Ja, ne, never mind. Das Bouncefeld ist cool. Bounce. Lass du bouncen. Lass es doch bouncen. Ich mach schon gar nichts mehr, wenn es in der Nähe von Bouncefeld ist. Weil ich den... Oh Gott. Gutes Tor. Die Schräge ist auch kein Tor. Die Schräge ist kein Tor. Und das hinterm Bouncefeld ist auch kein Punkt. Also wenn der... Hier den Boot... Oh Gott. Da im Rand den Boden wurde. Okay. Bouncefeld 2. Yay. Dann können wir machen noch eins. Der jetzt aber letzte. Letzte. Lass den bouncen. Mann. So. Ich glaube auf niedrigem Niveau. Ja, wobei... Das wird ja nicht immer auf dem Niveau bleiben. Ich denke, ab Platin checken die Leute, wie der Modus geht. Wir haben die Quest geschafft. Wir haben Level Up. Wenn wir noch eins machen, dann schalten wir, glaube ich, eine Bronzenkiste frei. Und die will ich dann öffnen. Ist einfach ein rundes Finale. Das macht jetzt die Aufnahme ein bisschen länger. Das Video hier wird irgendwann um 19.45 Uhr kommen. Ist mein Call. Bounce. Und ein Tor. Ich habe jetzt gesprungen. Ist aber egal. Weil wenn man das Bounce fällt. Zack. Ja, der Teammate chastet ein bisschen hart den Double Commit. Bisschen lächerlich. Lass den Bounce. Lass den Bounce. Lass den Bounce. Lass den Ball doch Bounce. Das ist ein Tor gemacht. Als ob er nicht nur den... Also als Ball Chaser sorry sagen. Warum? Das ist doch alles, was er tut. Ja, ich glaube, die Gegner werden aufgeben. Ich glaube, die haben genug. Noch ein Eigentor. Ja, und mir nicht dauernd den Ball Clown. Der ist so ein harter Ball Chaser. Das ist insane. Ne, er chastet wieder wie ein Wilder. Hat es nicht gelernt. Bounce der? Ich glaube nicht ganz. Hier hat er ein Eigentor gemacht. Weil er gechastet hat. Weil jetzt macht er einen wütenden. Dude, du hast ein Eigentor gemacht. Jetzt habe ich gepennt. Oh, aber... 4, 5. Oh, hätte er den nicht berührt, wäre es ein Tor gewesen. Komm, ich lasse den mal. Ich lasse den jetzt mal. 5, 5. Und es war Absicht gerade. Ich bin absichtlich zur Seite gegangen. Wie ich nur kurz erwähnen. Ja, gewonnen. Wo ist das? Nenn dich bitte in Eldapur um. Okay, gut. Hätten wir aber gewonnen. Bronze 3. Wir sind Könige. Ist es ein Level Up? Ist es eine Kiste? Es ist eine Kiste. Bronze Kiste. Und in dieser Bronze Kiste haben wir drin. Kacke. Fein. Ich habe meinen Rang behalten. In 1 gegen 1 und 2 gegen 2. Wird das nicht zurückgesetzt? Na gut. Wir sehen uns zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank, bis zu sehen. Bis dahin. Und ciao. Auf Wiedersehen.